hallo bei support.net surft aus gegebenem anlass will ich mich heute mal mit der looking at things reihe befassen und zwar sehen wir hier den urvater das war kim jong-il der im letzten jahr verstorbene nordkoreanische führer über den sich die webgemeinde gerne lustig gemacht hat weil er auf propagandafotos einen ganz genauen blick auf die dinge hatte das wurde damals kim jong-il looking at things genannt und ist im oktober 2010 gestartet da ist also schon ganz schön umfangreiches archiv zusammengekommen die idee davon pressefotos zu benutzen um prominente oder menschen der zeitgeschichte durch den kakao zu ziehen musste dann zb auch karl theodor von gutenberg erfahren wie sie hier auf dieser seite sehen auch karl theodor ist also mit seinem stechenden blick immer wieder von pressefotografen fotografiert worden und diese woche ist ist ja unser alter dot com freund king schmitz in den schlagzeilen und ganz schnell hat er damit auch seine eigene kim schmitz looking at things seite bekommen wir sehen ihn hier also looking at court also er startet das gericht an ich finde sehr schön die fotos wo er sein rumsteig versucht zu hypnotisieren beziehungsweise auch hier an dem mega schaschlik spieß herum knabbert ja kim schmitz alias dot com looking at microphone hat ja auch beim mega hit mitgesungen hier guckt er noch aus dem fenster und so weiter und so weiter die fotosammlung von kim schmitz die wird bestimmt demnächst erweitert aber schon jetzt macht das surfen dort richtig spaß hoffentlich auch ihnen und euch bis zum nächsten mal bei support.net surft